Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 25. Januar. Heute dabei Google Assistant, Jack White, Boone, Microsoft, 50 Cent, Snapchat und Elon Musk. Beginnen tun wir mit dem Google Assistant bzw. Google Home und Netflix. Denn, wie viele schon von euch mitbekommen haben, in Amerika tickt die Zeit anders bzw. schneller in Sachen Updates und dort haben Geräte wie das Google Home bzw. der Google Assistant schon Features, die wir noch nicht haben. Zum Beispiel können die nämlich die Stimmen der einzelnen Nutzer erkennen und sortieren und so bekommt man angepasste Inhalte. Und das hat Netflix jetzt genutzt und macht ein Matching und so erkennt ein Google Home, wenn man damit sein Netflix auf einem Chromecast steuert, wer das ist, zu welchem Netflix-Profil diese Person gehört. Und ja, entsprechend wird einem da nicht mal die Playlist bei Netflix versaut oder man guckt an der falschen Stelle weiter, weil jemand andere schon geguckt hatte. Schöne Sache und ich würde mich freuen, wenn wir das auch mal bald in Deutschland sehen. Und vielleicht nicht nur auf dem Google-Teil, sondern auch auf einem von Amazons Echo-Geräten. Jack White. Ich weiß nicht, ob den viele von euch kennen. Das ist ein amerikanischer Sänger, hatte früher die Band White Stripes, glaube ich. Der hat auch wieder ein neues Album und ist auf Tour und hat nun auf seinen Konzerten Smartphones verboten. Also er möchte nicht, dass die Smartphones hochgehalten werden, gefilmt und geknipst wird. Er möchte ein handyfreies Erlebnis haben und dafür arbeitet er mit dem Dienst Yonda zusammen. Und ich dachte erst, es wäre eine technische Sache, also einfach der Smartphone wird geblockt. Aber ich meine, wenn man es überlegt, dann ist das ja auch nicht sinnig. Ja gut, dann wird es geblockt, aber ich nehme ja auf. Tja, und was ist Yonda? Das ist einfach eine Hülle. Da tut man sein Smartphone rein, die wird verschlossen. Das behält man dann halt auch. Man kann es halt nicht rausnehmen. Das Ding ist halt echt da drin verschlossen. Und wenn man rausgeht, dann gibt es halt so eine Station, wo man das drauf entsperren kann. Handy raus, Hülle abgeben. So ein bisschen sieht die Entsperrstation aus, wie die Teile, die man so im Pullover zum Beispiel hat, beim H&M drin, als Sicherheitsmechanismus. Tja, interessante Sache. Und ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ein bisschen aufnehmen finde ich ja ganz in Ordnung. Aber ja, manchmal ist es wirklich übertrieben. Aber muss man das wirklich so durchsetzen? Oder können die Leute nicht einfach selber sagen, nee, machen wir nicht oder machen wir nur ein bisschen? Naja, der Jack White hat auf jeden Fall da jetzt drastische Maßnahmen eingeleitet. Maßnahmen eingeleitet hat auch die Kreditkarte Boon. Die kennen ja viele von euch als Alternative für, nicht als Alternative, sondern als Zugang zu Apple Pay in Deutschland, obwohl gar nicht verfügbar. Über ein paar Tricks funktioniert das nämlich über Boon, welche als App und virtuelle Kreditkarte auch nur auf Android verfügbar ist in Deutschland. Aber in anderen Ländern sieht es anders aus. Und Boon führt nun auch eine Peer-to-Peer-Funktion für seine Nutzer ein. Sprich, man kann einfach Geld unter Freunden hin und her schieben, für Kleinigkeiten, zum Bezahlen. Meinetwegen, wenn man gemeinsam essen war und die Rechnung gesplittet werden muss, schiebt man sich so mal eben ein paar Euro rüber für seinen Anteil. Schöne Sache, der Trend geht auch dahin. Das hatten wir ja auch schon bei Apple Pay Cash. Und gestern haben wir noch drüber geredet, WhatsApp testet das auch derzeit in Indien. Der Rapper 50 Cent wollte ich schon sagen, 50 Cent natürlich. Der Rapper 50 Cent hat 2014 ein Album rausgebracht, Animal Ambition. Und damals, ganz innovativ, hat er dann gesagt, ja, kannst du halt auch mit Bitcoin bezahlen. Und das haben wohl damals auch viele Leute gemacht. Damals stand ein Bitcoin bei 600 Dollar und ihr wisst, der Bitcoin ist ganz schön gestiegen. Und der Kollege 50 Cent hat die Bitcoins nicht damals direkt eingetauscht. Ich vermute eher unwissentlich, die lagen da, man wusste nicht, was man damit anfangen soll. Tja, und mittlerweile sind die halt 7,7 Millionen US-Dollar wert. Und zum Top wären es sogar 14 Millionen gewesen, als der Bitcoin im Dezember seinen Höchststand hatte. Ja, warmer Geldregen, sag ich da mal. Gut gelaufen für den Kollegen. Nicht so gut laufen tut es für Mitarbeiter bei Microsoft. Denn Microsoft hat diverse Mitarbeiter gekündigt und nennt das eine kleine Entlassungsrunde. Die Anzahl der entlassenen Mitarbeiter geht aber wohl in die Hunderte. Genaue Angaben haben sie noch nicht gemacht. Betrifft Mitarbeiter in den Büros in Redmond, aber auch in anderen Regionen. Und besonders welche, die mit Windows und der Gerätesparte zu tun hatten. Ja, keine schönen Nachrichten, aber gute Mitarbeiter finden bestimmt leider in der Tech-Industrie auch einen neuen Job. Auch da oben in Redmond. Wer keinen neuen Job mehr braucht, das ist Tom Conrad. Das ist der VP of Product von Snapchat. Und der hat sich jetzt verabschiedet von Snapchat, wird die Firma verlassen im März. Und ja, das ist jetzt nicht unbedingt die Riesennachricht. Sowas passiert natürlich. Aber viel interessanter ist, er hat gesagt, er verlässt die komplette Technologieindustrie. Er hat jetzt 30 Jahre da drin gearbeitet, mit 18 angefangen und hat da keine Lust mehr drauf. Und möchte sich jetzt eher in Richtung Kunst, also Musik, Essen, hat er ja wirklich gesagt. Was das mit Kunst zu tun hat, weiß ich nicht. Fotografie und anderen Sachen beschäftigen, die jetzt weniger unternehmerisch sind, sondern echt in Richtung Kunst gehen sollen. Mehr Spaß da reinstecken. Ja, finde ich gut. Ist eine gute Entscheidung. Sein Geld wird er bestimmt gemacht haben. Und jetzt neue Interessen, neues Leben. Und zu guter Letzt heute reden wir auch nochmal über Elon Musk. Der hat nämlich jetzt seinen Vertrag als Chef von Tesla verlängert. Also man denkt ja automatisch, der ist Tesla, das gehört ihm. Aber der hat natürlich einen ganz normalen Vertrag auch. Und wie so viele von den Chefs, denen auch ein großer Anteil der Firma über Aktien gehört, arbeiten die oft nur für, ja, wie damals Steve Jobs, für einen Dollar. Und Elon Musk hat immer die Variante mit Aktien gewählt und lässt sich nur per Aktien bezahlen und ohne Geld. Und der Vertrag, jetzt für zehn Jahre verlängert, ist auch an diverse Ziele gekoppelt. Und das geht dann in 50 Milliarden Dollar Schritten weiter, inwiefern dann Tesla seinen Börsenwert vervielfacht. Und dementsprechend kriegt er dann entsprechend auch Aktien bis zum gewissen Prozentsatz. Und wenn alles gut läuft, läuft es für ihn auch gut. Wenn nicht, kriegt er gar nichts. Ähnlichen Vertrag hat er auch schon damals gemacht. Also der letzte Vertrag, natürlich mit anderen Zielen. Und damals war Tesla drei Milliarden wert. Mittlerweile ist es 59. Geht auf jeden Fall vorne, also vorweg. Und schauen wir mal, ob er wirklich halt die gesteckten Ziele dann erreichen kann. Also es ist mal nicht ohne. Es geht bis 650 Milliarden nach dem Bericht, den ich da gelesen habe. Nichtsdestotrotz, für euch geht es heute in den Donnerstag. Ja, Schule oder Arbeit, egal was ihr habt, haltet den Kopf hoch. Und ich hoffe, ihr habt Spaß, egal was ihr dabei macht. Und morgen ist schon Freitag und dann ist das Wochenende da. Also ich sage mal bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.